Ich geh to Rita. Immer. Oder Ripton. Ich geh to Ripton. Okay, weil es heiß ist. Ich geh to Ripton, weil du gehst Ripton unten. Ja, okay. Nein, ich geh nicht to Ripton. Aber wer geht an Ripton mit mir? Ich. Dann machen wir's so aufgeteilt. Passt. Ich fühl's nicht gleich in den Stirn. Hab ich auch nicht vor. Wie ist denn du überhaupt? Wie bist du? Ich seh ich nicht mehr in einem Fallschirm. Ich bin sehr weit oben und flieg trepport im Kreis, weil ich versuch, unser Haus nicht zu blicken. Wie hat er noch geschossen? Sorry, ich hab mich erschrocken. Ich bin gelandet hier gerade. Und habt ihr alle eurem Blutschip-Detektor ausgepackt? Ich hab die Zurem nur gefunden. Was bringt das denn bei so ner Mäffeln? Extremst viel. Ich hab geguckt, ich kann mega wenig abchecken nur. Und das hilft ja dann nur bei Häusern oder so. So ner offene Mäff bringt mir das ja gar nix bei den kleinen Bereichen, die ich in den Gym könnt. Achso, mir ist letztes Mal gut geholfen. Das ist alles so offen. Sag ich ja. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Fuck. Es war, es war völlig, die Rampel zu benutzen. Alter, jetzt bin ich echt auf die andere Seite gefahren. Weil ich, weil ich damit gerechnet habe, dass die Zune auf die Seite damit ist, was es geht. Nein! Und ich werde zurückgefahren. Ich hab dich grad auf deinem Tablet gesehen. Oh, sie läuft schon nutzlos. Ja, du hast mich jetzt schon getötet. Ja, weil du leuchtest. Für eine Sekunde vorher gesehen, wollte aber noch ein Stück näher ranlaufen, um die Granate zu werfen. Ich hab kein Sprit mehr, ich hasse mein Leben. Ja, warum war ich tanken vorher? Und da haben wir Mörter verloren. Ja. 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 Oh Gott, ja, aus dem, ja, irrelevant. Also, das ist die Sack, nicht hat's nicht aufgehoben. Okay, dann kannst du ihn doch noch mal drücken gehen. Also, das ist die Sack. Ja. Das hat er von mir gelernt, okay? Einmal durchatmen und dann schließen. Und wenn du zu lange nicht durchatmest, ist halt zu spät. Was machst du jetzt? Was hat denn jetzt für Waffen? Ich hätte so kein WM24 oder K. Nein, das war ich. Aber oft musst du, wenn du es wissen musst. Das ist die M24. Das ist die M24. Das ist die M24. Du hast aber sehr gut getroffen. Ich freue mich das Leben. Ich erlebe überhaupt, du. Das ist die. Und du. Oh mein Gott, die Zone. Ja, da kommt ne Zone. Hey, der AirTrip ist ja noch gar nicht gelootet. Ist der frisch? Nein, der, wo die B90 drin ist, habe ich nicht gelootet, weil ich hasse B90. Ah, okay. Kann die Zone bitte nicht so viel ticken? Hallo? 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 What the fuck? Bitte sterb nicht wieder an der Zone. Da fernst du peinlich. Oh Gott. Warum macht die Zone so extrem spücher? Das war die Zone 6. Was? Nett, dass die... Außerdem wärst du eh gestorben, weil du hinter ihnen... Weil du hinter ihnen warst. Die ist zerstört nicht jeden, egal. Ja, aber du warst hinter Eni und der hätte das mitbekommen, weil er war in der Zone. Das heißt, renn doch einfach mal früher los. Achte mal darauf, was dann die Zone ist. Ich hab nicht auf der Zone gesuchen. Ja, aber verlass dich nicht darauf, dass du den Zonendemisch schenken kannst. Ich hab nicht darauf verlassen, ich hab doch, die Zone ist ja zu schnell. Also, Eni seid früher, dass er in der Zone gestorben ist, sonst wäre die halt rückengelaufen. Ja, darauf hab ich eigentlich gewartet, dass der Ding bekommt. Was hat denn das die für Equipment? Oh, scheiße, Alter. Ach, geh. Und du spürst nicht mit P90, bist du dumm? Ich hasse die. Komm mit dir nicht umgehen. Hey, die Wahl für die er hat ist doch auch gut. Oh, scheiße. Du hast gerade unser ganzes Militär getestet, Alter. Ich würde ja jetzt sagen, das bedeutet Krieg, aber... Und das Geile ist, ich hab zwei Autostack-fr-gesagt, wie ich's zu taktun hab. Also, wer schieß jetzt zuerst? Der, der... WTF? WTF? Alter! 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 Der hat sich nur noch 30 Sekunden angeguckt. Alter! Alter! Was machst du hinter mir? Du hast ja wohl den Dogen drauf, das ist doch geil. Du hast ja wohl den Dogen drauf.